hey internet on youtube happy wheels in the candy world oh no wo ist meine 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 einkaufsexpertin moment sohn mit dem fahrrad durch den süßigkeiten shop wunderbar oh shit das ist so gut nein 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 haha perfekt oh gott bin ich gut was ist denn wieso bist du verletzt was hängt hier na komm schon voll um sohn ist dir gut solange man keine schreie hört solange man keine schreie hört ups warte vorsicht Vorsicht oh shit victory das ist alles was zählt kill the pirate but he can kill you the segway guy wer auch immer das ist der nach hinten greifen kann dankeschön es war mit god das ist genau auf seinem schwert gelandet wunderbar kann ich mich noch doppelter stechen nimm das was war das knapp wartet ja das so wird es so wird es nix so wird es nix so wird es der ist auch ziemlich betrunken der pirate nimm das total daneben vorsicht vorsicht ich habe mich getötet bevor er mich töten konnte somit habe ich gewonnen das ist der ob wieso schmeiße ich das denn jetzt so weit sonst schmeiße ich das nur auf mich das war zumba der tanzende pirat komm her vorsicht es gibt's doch vorsicht das sieht wenigstens gut aus ok tun wir mal so als hätte er gewonnen ist überhaupt kein problem obwohl ich mich selber getötet habe somit nimm das nicht nimm den hier nimm dies ja jetzt geht wieder gar nichts vorher schmeiße ich die dinge so weit seht ihr not bad the best good assassin na komm schon ich muss sie schaffen wenigstens noch will ich mitgenommen ok oh yes vorsichtig das geht schon ich kann auch nach hinten greifen meine güte ich brauche noch nicht denken dabei einfach nur greifen yes lady oh double vorsichtig vorsichtig nimm es Jesus Christ könntest du hier irgendjemanden aufschlitzen bevor ich ausflippe don't move ok gott da sind einige mehr körperteile ok ist das mein herz wunderbar bouncy bouncy ist das mein herz so verdenkt don't touch the light man yes i did it and my heart will go on and ok ich brauche Celine Dion dabei das ist besser als Titanic hier ja so macht man das ich bin arzt professionell komm schon komm schon yes ich habe ihn gerettet ich habe ihn gerettet wir müssen uns das nur vorstellen ok grab the coin grab the coin was machen wir was machen wir was machen wir halb shake hold space what the hell wieso Sekunden sind das da 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 mir gehts gut und du dir go daddy go das ist mein son was machen die hier sind die gefesselt ich weiß nicht jetzt mache ich ja eine andere Liegestütze meine Güte was für eine Handgeber Go, Daddy, go, Waste to die 2. Press the button. Okay, wunderbar. Oh, no. Oh, mein Leck. Ja, dein Leck, du solltest dir über andere Gedanken machen. Das sind nicht Arbeitsverweigerungen. Daddy, never scare Daddy. Was ist zum Henker? Run! Komm schon! Ja, du stehst doch da, Run! Das ist nicht meine Schuld. Warte, Spike. Sauber. Wartet, nein, nein, nein! Nicht! Ich wollte noch jemanden töten. Kill Miley Cyrus. Das ist nicht so. Let's go! Habe ich es geschafft? Ist das ein Popel hier? Also. Restart. Nun. Das ist immerhin besser als das Lied. Horror. Horror klingt gut. Nehmen wir noch Horror, oder? Wer ist das? Hallo? Also. Niemand. Nur der. Okay. Oh, shit. Warte. Hallo? Mir geht's gut. Haha. Nicht mit mir. Oh, god. Ja, selber schuld. Steh nicht mit der Axt. Oh, shit. Oh. Jetzt komm ich durch. Keine Panik. Und der nächste. Oh, god. Jump, Daddy. Oh, god. Es tut mir sehr leid. War das mein erstes Victory oder mein zweites? Ich kann nicht mehr mitzählen. Es waren so viele Victories. Ich kann nur bis drei zählen. Also waren das mindestens drei. Survive Night. Was steht hier? Slow. Okay. Easy. Oh mein Gott. Das sieht ungesund aus. Aber ich lebe. Okay. Das hat noch nicht gemacht. Okay. Sollte man den Exorzisten rufen. Aber hey. Ich bin noch am. Okay. Wunderbar. Kein Problem. Kann jemand die Hand aus meinem Gesicht tun? Wahnsinn. Okay, wartet. Komm hier rauf. Komm hier rauf. Du schaffst. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Vorsicht. Ich sag dir vor. Es tut mir sehr. Leid. Okay. Slow. Au. Ich weiß nicht, das ist schlimmer als wenn ich jetzt wirklich. Explodieren würde in 20 Einzelteile. Vorsicht. Hier rüber. Perfekt. Slow. Easy. Die Kopf reinziehen. Oder verdrehen. Nein. Gar nichts vom. Okay. Wer ist das? Helm. Okay. Ich hoffe ich bekomme. Ah shit. Ich hoffe ich bekomme. Nein. Du versuchst es rauszuziehen. Was ist denn los? Du musst in die Petale treten. Petale. Immerhin. Das jüngste Kind lebt noch und wird die Legende verbreiten. Okay. Jetzt aber. Das ist schon mal schön gedockt. Perfekt. Perfekt. Au. Kein Problem. Ich kann auch stampeln. Dann ist alles gut. Vorsicht. Ich sag dir Vorsicht. Kann nicht alles haben. Was ist mit dem? Vorsicht. Vorsicht. Au. Wir haben sogar zwei Überlebende. Das finde ich fantastisch. Das sind zwei mehr als ich dachte. Toilette. Boah. Das klingt dann gut. Bad murder. Bad murder ist gut. Nun. Das Level ist wirklich das was. Man kann nicht sagen, man hätte was anderes erwartet. Dat boob is. No, no, no. Wrecking Ball. Ist das wieder mit Miley? Da passt sie. Aber da ist Miley nicht da oben. Swingt. Vorsicht. Nuuuun. Wist das. Die ist halt. Ich schaff das. Ich bringe meine Einkäufe nach Hause. Koste es, was es wolle. Lass dich nicht von Miley beeinflussen. du bist wunderschön Hauptsache die Einkäufe sind in Sicherheit noch kurz abgestopft vorher das Baguette rüber geschossen und die Schokolade das gibt ein Schokoladen-Baguette zum Abendbrot Easy Boat The Walking Dead Part 1 Let's do this Hallo Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Das ist wohl ein Zeichen Ich kann nicht mehr escape Wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss